Let's play Sieve, das Reboot Langsam, Junge. Wir müssen ihn nur sicher zum Uhrenturm schaffen. Dann ist alles in Ordnung. Wohin des Weges? Zum Bäcker in Stone Market. Hab ich mit dir geredet, Bastard! Hey! Geh weiter! Scheißbettler. Man vermisst die alte Wache. Die Stimmen! Die Albträume! Die Schwermut wird schlimmer. Überall außer Alldale. Man muss was unternehmen. Wir interessieren keinen, Junge. Das wirst du bald lernen. Ihm geht es nur um den Fortschritt. Wollt ihr diese verdammten Hore überall haben? Hey, Duda! Das reicht jetzt! Na! Davon werden wir nicht satt! Davon werden wir nicht gesund! Du! Haltet euch für sicher! Nur weil ihr Dreck schaufelt für die Reichen! Der Baron hat einen Strick für jeden von uns! Doch Veränderung kommt! Orion wird sie bringen! Der Baron wird brennen! Seht! Seht! Sie fürchten die Wahrheit! Kopf runter! Du! Mit wem redest du? Lauf! Oh oh! Du! 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 Ich bin! Du! Du! Ich bin! Ich bin! Don! Ich bin! Ja, Wahnsinn, da ist ja unglaublich viel passiert gerade. Okay, ja, ich habe jetzt diese Kralle von, äh, der Aaron. Ups. Die Abriegelung. Begib dich zum Glockenturm. Ja, das sieht gut aus. Geld. Gesundheit, ach. Drücke H, um Nahrung zu konsumieren, einen Teil deiner Gesundheit zu regenerieren. Okay. Okay, Nahrung. Ja, das war bei den anderen Teilen, beziehungsweise beim ersten, zweiten war das auch so, dass man was essen konnte, um, um, äh, Gesundheit zu regenerieren. Oder man konnte halt auch einfach einen Heiltrank trinken. Ich weiß nicht, ob es hier auch Heiltränke gibt. Da liegt was rum. Das nehmen wir mit. Ein Zahnrad. Der Erbauer sei gepriesen, kann ich dazu nur sagen. Ja, da ist ja wieder mal einiges passiert. Hört, also, man muss ja, man muss... Hört alle her! Das Verrätertor bleibt auf Befehl des Barons bis morgen früh geschlossen. Man muss ja mal sagen, ja, diese Zwischensequenzen, auch wenn ich sie natürlich kritisiere, dass sie halt so in, in gerendertem Stil halt ablaufen und so fotorealistisch gemacht sind. Sie sind schon extrem dynamisch und halt sehr Hollywood-mäßig gemacht, muss man schon mal sagen. Ist schon ziemlich cool, aber sie sind eben auch stilistisch überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was vorher in der Seaf-Reihe Standard gewesen ist. So, jetzt kann ich mich ja relativ, relativ frei bewegen, ja. Ich weiß jetzt nicht... Die war Hearthstone-Market abgeregelt, aber seit wann halten Schlosser mich auf? Na, gar nicht, Gerrit. Du bist ja auch der Meisterdieb, mein Freund. Ach, ich weiß, warum der Typ mich sehen konnte. Immer wenn's blitzt und donnert, ja, dann bin ich zu sehen. Im Lichtjuwel. Das ist natürlich logisch. Ich habe in diesem Loch gekauft. Hup. Ausweichen. Drücke V, um Angriffen auszuweichen. Haha. Ja. Nach wie vor ist es ziemlich easy, den Gegnern auszuweichen, indem man einfach auf die Dächer flüchtet. Rechne mit allem. War da jetzt ganz schön nassforscht, dass ich da einfach so rangegangen bin. Aber, warum nicht, ne? So, und ich seh schon an diesen Kreidezeichnungen da, und da, wo es immer so ein bisschen blau leuchtet, da kann der gute Gerrit anscheinend ranhechten mit diesem Haken und kann sich da hochziehen und hochklettern damit. Wie die Erin das vorhin auch gemacht hat. Warum er jetzt gegen dieses Hilfsmittel sowas gehabt hat, so in, in, mit ihr, wo er sich da so gestritten hat, das verstehe ich nicht. Die Kralle ist recht leise, wenn man sie richtig benutzt. Bei Erin klang das Ding lauter, als es ist. Weil er ja eigentlich technischen Hilfsmitteln nicht wirklich abgeneigt ist. Er hat ja auch ein mechanisches Auge. Ja, ein künstliches. Oder, hatte. Es ist ja ein Reboot. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie das zeitlich hier einzuordnen ist, die ganze Geschichte. Aber im, äh, zweiten Teil, oder beziehungsweise im ersten Teil hat er ein Auge verloren. Huch. Im ersten Teil hat er ein Auge verloren, und das wurde ihm durch ein mechanisches ersetzt. Insofern, ja. Aber hier scheint er noch beide Augen zu haben. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen, dass er irgendwie ein mechanisches Auge hätte oder so. Insofern. Schön die Tür zumachen, schön leise, genau. So, und den Kerzenhalter mitnehmen. Kann ich hier durch. Halte I. Ah, okay, durchzwingen. I. Anheben, A drücken. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d, Quicktime-Event. Stone Market. Hört alle her! Die Steinhauer-Gasse ist über Nacht gesperrt. Kein Durchgang! Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang hundert hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Säten und solche. Durch den Juwelier kann ich die Tore umgehen und neben beiden Maske stehlen. Ja, dann machen wir das doch. Neues Ziel, umgehe das Abriegelungstor. Verschaffe dir Zutritt zum Jubiläugeschäft. Nix leichter als das, wenn ich das mal so sagen darf. So, die Frage ist jetzt erstmal, wo gehen die ganzen Wachen lang? Gehen so ziemlich die Straße entlang. Keiner guckt nach oben. Das ist sehr schön. Denn wenn es blitzt, bin ich natürlich exponiert ganz kurz. Und so hat mich, glaube ich, auch der Typ vorhin gesehen. Das hat halt immer ganz kurz mal geblitzt irgendwie. Und dann hat er mich wahrscheinlich in dem Moment dann entdeckt. Komme ich da irgendwie auf die andere Seite ungesehen? Ne, sieht nicht so aus. Also, über die Dächer nicht. Runter, komm. Spring. Gerrit. Jetzt. Okay. Was haben wir hier? Ah ja, Flaschen zum Werfen, zum Ablenken. Holen wir uns hier mal das Gelumpe. Ach, eine Goldmünze, alles klar. So, die scheinen ihre feste Rudel in der Mitte der Straße zu haben. Da hinten liegt ganz viel Zeug. Zwei Sachen sehe ich blitzen. Das krallen wir uns doch. Eine Goldmünze. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist das Talers nicht wert, kann ich dazu nur sagen. Hier wird alles mitgenommen, auch wenn es noch so wertlos erscheint. Hier habe ich doch noch was blitzen sehen. Gerade eben. Hier hat doch noch was geblitzt gerade. Moment, nochmal zurückgehen. Das will ich jetzt nochmal ganz kurz testen. Ja, da oben. Aha. Genau. Ich kann hier hoch. Breitkopfpfeile. Genau, die brauchen wir auch. Damit können wir Leute töten. Hier kann ich hoch. Machen wir das doch mal. Ja, ich muss da ran sprinten und dann... Jawohl. So, kann ich da hoch... Es ist jetzt die Frage, so wo kann ich hochklettern und wo... Nicht und wo macht es Sinn hoch zu klettern und wo nicht. Ich glaube, hier macht es jetzt nicht wirklich viel Sinn. Spring runter. Gehen wir mal vorsichtig hier durch. Okay, die Jungs kommen zurück. Oh. Da steht wer. Ja, ja. Geht mal in die andere Richtung, genau. Oh, da kommt der andere Typ. Sobald er sich umdreht... Gehen wir mal hinterher. Hä? Oh, 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 oh. Da bin ich wohl... Da bin ich wohl ein bisschen zu weit nach vorne. Oh, scheiße. Schlossknacken. Das ist nicht gut hier an der Stelle. Aua, aua. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Hier kann ich hoch. Puh. Wie war das Haar zum Heilen? Okay. Ei, 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 ei. Da bin ich einmal zu weit nach vorne gehechtet. Und sofort wird es bestraft. Drücke F, um die Fokus-Sicht zu aktivieren. Ach. Batman Arkham Asylum lässt grüßen. Hier kann ich mal wieder so eine Röntgensicht aktivieren, die mir alles Wichtige im Raum zeigt. Wie er, wäre ich längst oben im Bett. Einer meiner Zähne wackelt. Tja. Ja, nicht gut, Junge. Zieh dir das an. Ich würde hier selbst zugreifen, aber ich brauche den Job. Solange nur ein Zahn wackelt, mag es noch gehen. Kann man die elektrischen Lampen irgendwie ausschalten? Wenn das seine Auslage ist, was hat er dann in seinem Tresor? Auf jeden Fall bin ich im Juwelierladen. Das finde ich gut. Ich hasse diesen Scheißvogel. Macht beim kleinsten Geräusch ein Riesengezeter. Wo ist hier ein Vogel? Der Vogel, der da sitzt. Ja. Der pennt aber. Der macht, glaube ich, kein Gezeter. Was ist das hier? Gold. Geld. Ja, ich sehe, die Folge ist mal wieder zu Ende. Wie es hier weitergeht mit diesem Juwelierladen. Und was ich hier so alles klauen kann. Und wie ich hier die zwei Kollegen ausschalte. Ja, die zwei Wachen. Das erfahren Sie in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ich Thief das Reboot spiele. Bis dann. Ciao, ciao.